Meine liebe Gemahlin, wie ist es dir ergangen? Wie es mir ergangen ist? Wie du weißt, habe ich Krieg gegen dich geführt. War das nicht großartig? Du musst dich ergeben. Wir müssen das Blutvergießen beenden. Siehst du, darin unterscheiden wir uns. Ich scheiß aufs Blutvergießen. Zurück an die Arbeit. Du meinst doch nicht allen Ernstes, du kannst Russland ohne Blutvergießen regieren. Ich kann das. Ich werde gewinnen. Wie liebenswert, dass du das denkst. Hussa! Du hast so viele Gründe aufzugeben. Einer ist, wir könnten ficken. Lieber sterbe ich mit diesem winzigen Hühnchen im Hals. Schleich-Schleiter Schleich-Schwer-Schwer.